Es hat mich so tief in meinem Herzen berührt und mir sind sogar die Tränen runtergelaufen, als wir am Smarana-Festival das Gebet zusammengesprochen haben. Es ist ein Mantra-Gebet und die Worte fließen direkt zu Gott. Und ich möchte einfach gerne dieses wundervolle Erlebnis mit dir teilen und dir auch die Möglichkeit geben, in diese Energie einzusteigen und dein eigenes Gebet zu sprechen. Es beginnt also so, dass Marlene singt und mit dem Harmonium spielt und ich dann nach einer Weile das Gebet spreche, dem du einfach folgst. Und dann gibt es nochmal Zeit für deine eigenen Worte, die du dann sprechen kannst. Und all das geschieht in der ganz, ganz hohen Energie, die wir zum Festival hatten. Und all das ist im Video drin. Und ich bin schon sehr gespannt, was es mit dir macht und wie du es empfindest. Schreib mir es bitte einfach unten in die Kommentare rein und teile das Video, wenn du möchtest, damit noch mehr Menschen Gelegenheit haben, mit uns zusammen zu beten. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und viele tiefe Herzenserlebnisse. Es geht gleich los. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und wie du es empfindest. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und wie du es empfindest. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und wie du es empfindest. Freude und wie du es empfindest. Jinger Scheine. Amen. 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 Um salam. Amen. Um salam. Amen. O Herr, wir danken dir. O Herr, wir danken dir so sehr für unser Leben, für all die Erfahrungen, die wir hier machen dürfen. O Herr, wir wissen und vertrauen, dass du bei uns bist. O Herr, wir bitten dich, uns zu unterstützen, die Liebe auf der Erde auszudehnen. O Herr, wir bitten dich, uns Kraft zu geben, andere Menschen zu unterstützen, uns gegenseitig zu helfen, uns zu erkennen und zu wissen, dass du immer bei uns bist, auch wenn es manchmal sehr schwer ist. O Herr, wir bitten dich, allen Menschen zu helfen, Frieden zu finden. Hilf unserer Erde aufzusteigen und den Weg des Lichtes zu finden. O Herr, wir bedanken dir so sehr, dass du bei uns bist und uns und unsere Lieben mit deiner großen Liebe beschützt und führst. Und nun möchte ich den Raum freigeben, sodass ein jeder Einzelne sein persönliches Wort, das persönliche Gebet an Gott richten darf. Dankeschön. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020